Musik Jo Leute was geht's, Skywalkers starten, willkommen im nächsten Video hier auf meinem Kanal Meine Freunde, heute auf jeden Fall wieder auf Sky Apps mit FIFA Mobile Und ich würde sagen, bevor wir starten würde ich sagen, natürlich wieder ein paar Abonnentchen Mein Grüß, meine Freunde, auf jeden Fall die Jamie Schmidt Mega Video wie immer Macht immer Spaß, deine Videos zu schauen, danke dafür, PS kannst du mich grüßen Danke für deinen ultra netten, geilen Kommentar, Jamie So, der nächste ist hier, Christian Beckler auf FIFA Mobile Kannst du mich grüßen bitte, deine Videos sind vor der 20 Uhr Folge ein guter Ersatz Freut mich auch sehr zu hören, auch ein cooler Kommentar Und dann noch der nächste, Hamid Murat Kannst du mich bitte grüßen, PS, bester YouTuber aller Zeiten Ähm, genau Das waren jetzt alle auf jeden Fall von dem, ähm, schnell verkaufen für 10 Millionen Coins Mit dem Vital, ja, das waren jetzt die letzten noch Ähm, im letzten Video hatte ich ja gestern auch welche gegrüßt von dem Video Ähm, genau meine Freunde So, wir haben ja gestern, Leute, wir haben gestern einfach Henderson gezogen, Leute Ich strecke das Video jetzt aber leider kurz nach dem Video von gestern Das heißt, ich weiß nicht, was ihr in die Kommentare geschrieben habt, ob ich ihn verkaufen soll Oder immer im Team lassen soll, Leute Das könnt ihr jetzt in diesem Video auch nochmal entscheiden Und ich würde sagen Wir gucken nochmal kurz nach Gulaschi, meine Freunde, so Cool, 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 cool Für 88er Genau So, 88 Gulaschi Gulaschi Vereinsgemacht Millionen Coins Nice, man Nice, nice, nice Gut, Vereinsgemacht Millionen, damit er auch wirklich verkauft wird Hä? Sind die behindert? EA? 146.000? Hä? Wie ist das bei Henderson? Okay Aber Gulaschi? Sind die komplett behindert? Das ist mal ohne Witz, man Hä? Alter Ist ja komplett behindert Alter Hä? Hä, Mann? Egal Tod zweit neben, Freunde Habe ich ja gestern, wie gesagt, Henderson bekommen Und Ihr könnt, wie gesagt, noch entscheiden Was ich damit machen soll Auf jeden Fall habe ich noch Gulaschi drin gehabt Den habe ich, wie gesagt, gerade verkauft Oder eher gesagt, er ist noch in Aktion Ähm Ja 50 Minuten sind noch hier am Start Und im Liga-Turnier Es sieht so aus Ja, es sieht sehr knapp aus mit den Freunden Ich hoffe ja immer noch Wie gesagt, dass wir gewinnen Damit wir auch endlich mal Zitan bekommen, Leute Zitan 98 Ich werde auch kurz gucken, wie viel Vidal Äh, genau, ja Vidal Auf dem Markt wert ist Weil Ähm Von Tag zu Tag Wird er ja günstiger Umso mehr Leute ihn haben Umso billiger wird er Nein Nein Server verbindungsproblem Ja, moin Server Verbindungsproblem Geil So Gut So, Vidal Vidal Da war er gerade Vidal Vidal 98 8 Millionen Hm 7 Millionen Er kostet immer noch keine 5 Millionen, mein lieben Freunde Also Also, falls ich das Du Also, falls wir jetzt noch gewinnen Werde ich ihn auf jeden Fall verkaufen Und ja, Leute Ich würde sagen Wir ziehen Entschuldige Packs Das Video soll ja nicht 10 Minuten gehen Wie normal Videos Das soll ja einfach nur ein Pack sein Oder ein paar Packs So, wir gehen in die Community Wir gehen hier rein So, ich werde aber kurz hier alles Blackscreen machen Weil Ihr sollt ja nicht sehen Ja Den Part sollt ihr ja nicht sehen So So Gut Nein Falsches Passwort Hä So Jetzt müssen es klappen Genau Meine Freunde So Ab jetzt könnt ihr auch wieder alles sehen Und Wir ziehen Vielleicht haben wir eine Chance Und wir ziehen Den 100er Spieler Achso Hä Lul Na gut Ja Leider nicht gezogen Leider Leider nicht gezogen Aber da Wir haben hier die Rangaufstieg Dinger So Als nächstes Das hier 120 Skillboost Oder Zaha Mögliche Boni Gestern hatte ich ja auch Glück Wird sich die Tots Glückserie weiter fortsetzen Und Okay Skillboost 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 Skill 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 Und im letzten Leider kein Zaha Drinnen Ja Leute Damit würde ich sagen Badminton Das heutige Video Meine Freunde Ich werde auf jeden Fall Oder Ja mal gucken Heute Abend Auf jeden Fall Die Rangaufstieg Dinger Die Rangsplitter Heute Abend Einsetzen In paar Spieler Meine Freunde Auf jeden Fall geht es Morgen Morgen Einschalten 15.55 Kommt Das Video Hier Da werde ich auf jeden Fall Das Pack ziehen Vielleicht haben wir ja Salat drin Das wäre auf jeden Fall Richtig nice Meine Freunde Und vor allem auch wieder 30 Rangaufstieg Dinger Leute Ich bekomme richtig viel Ich habe schon 60 Stück 60 Also morgen auf jeden Fall Auch einschalten Leute Ich bin raus Und sage bis morgen Skywalker Ich bin rausgegangen Ich bin rausgegangen Ich bin rausgegangen Ich bin rausgegangen Vielen Dank.